Was geht ab Leute, wir sind die Pasi-Brüder, ihr kennt uns alle, wir lieben euch ja, ihr liebt uns alle, ja, wir sind auf jeden Fall am 10.11. in unserer Meizingen, im WM, kommt alles vorbei, wir werden natürlich wieder Eskalation-Programm. 10.11. Was ist mit dem Job gemacht? Warte, ich glaube, ich bin dran.